So Leute, herzlich willkommen ohne lange Vorrede zu Let's What The Hell Is This Motherfucking Bullshit Mario The Lost Levels, ein kleiner Let's Play Wunsch von Marcel war es, ob ich, ja, Marcel, 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 ich kenne ihn nur aus Skype gerade, von daher sagt er, hey, hey, spiel doch mal in Let's Play oder so, Warrawin oder so, du machst hier Rollenspiele oder Ego Shooter, aber ich, ich gebe fuck auf diese Scheiße, leck mich, okay, weiter, so, jetzt, aber ich spiel sowas nett, Metroid ist auch nur eine Ausnahme, weil es nie so gruselig ist, okay, das ist gruselig ist, äh, ja, das war halt eine Ausnahme und so, dann dachte ich mir, ich renne in eine Gruppe rein und sterbe in des grausamen Fickertodes, äh, nein, ich dachte dann, wenn er schon sagt, ja, spiel Mario The Lost Levels, so schlimm kann es nicht sein, nämlich, Gerd, das ist die größte Erfindung, Scheiße, ich weiß nicht, was ich sagen will, es ist die größte Verarsche, seit es Japaner gibt, schon wieder, ja, es gibt sehr viele große Verarschen, seitdem es Japaner gibt, aber das ist jetzt mitunter eine der größten Verarschen, ähm, es ist eine Sammlung von Leveln aus Mario Brothers, die nie veröffentlicht wurden, weil sie, wie man sieht, viel zu schwer sind, ich häng seit 1 Minute 20 in diesem Level rum, so, geschafft. Ähm, ihr seht, ich werde schön munter Sales daten, weil ich sehr wahrscheinlich sehr oft sterben werde und ich darauf eigentlich keinen Bock habe, und wieso zum Teufel rennst du nicht, ah, jetzt, das ist sonst im Style eigentlich wie das alte Super Mario Brothers, genauso scheiße, genauso kacke, genauso der Dreck, und, äh, gleich werde ich einfach mal, ach, ich weiß nicht, ob ich hier das selbe Spiel will, ich habe einfach Bock, Teleportationszonen zu benutzen, was zur Hölle, was, war das, wieso bin ich da gerade eben durchgefallen, Aha, jetzt alles, so, okay, blablabla, achso, ich benutze einfach eine Teleportationszone, äh, blablabla, was, was, äh, ja, okay, Teleportationszone, bitte, Was, nur 2, deck mich, ne, hab ich doch keinen Bock drauf, geh ich über den normalen Weg, da hab ich wenigstens mehr vom Spiel, so, gut, und, ja, fahr mal runter, Ziel, Welt 3, in, Tod, ja, dumm, was soll ich sagen, dumm, es ist einfach nur dumm, So, ja, komm ich nicht rüber, fuck, scheiße, behinderter Scheißdreck ist das, so, jetzt hier rüber, und hier rüber, und darunter, und Blooper, und what the hell is this, ich bin gestorben, deck mich, Was für eine behinderte Scheißdreck, was für eine behinderte Kacke ist das, wer hat sich den Dreck ausgedacht, oh, Japaner, ich hasse euch, bringen wir wenigstens ein sinnvolles Spiel raus, aber nicht so eine Scheiße, ey, Nudelkacke, das war dumm, Da kommt man so nicht, ach, f*** euch, ich will nie mehr, im Ernst, Marcel, was, 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 was haben, was, was, so eine behinderte Kacke hab ich mir da rausgesucht, Wenn ich gewusst hätte, wie scheiße ich dieses Spiel ist halt ich nie angerührt, aber nein, das ist ja schon zu spät, das muss ich's machen, Let's Player Ehre for the win, ich werde es schaffen, auf die eine Weise, oder auf die andere, Oh, Ziel. Endlich. Ja, Stress nicht. Weiter. So. Erstes Bosslevel. Ich glaube, ich hole mir nicht mal Powerups. Ich renne einfach so durch. Dumm. Tod. Schon wieder. Ist ja nichts Neues mittlerweile. Marcel, du schaust dir das hier so oder so an, um dir den Arsch abzulachen. Also zähl mal bitte mit, wie oft ich insgesamt gestorben bin. Würde mich mal am Ende interessieren. Einfach so, just for fun. So ein Death-Counter, wo du mir am Ende sagst, am Ende von der letzten Episode, wie oft ich jetzt insgesamt eigentlich abgekratzt bin. Wäre lustig. So, einer ist weg. Bleiben noch sieben. Und dann haben wir es geschafft. Slime Cooper. Geile Sache. Oh, geile und Stern. Niemand kann uns auffallen. Nicht einmal ich. What the hell? Oh, ich komme wieder runter. Geile, oh man. Wie hoch der halt abgeht. Ist hier auch mal irgendwo ein Ziel? Hey, da sind Goombas. Me Goombas. What the hell? Loils. Kann ich auch mal so ein Zeug rein? Nee, genau. Ich muss diese blöde, schwule Fahne berühren, damit ich weiter kann. Wow. Wo kam der her? Das Spiel ist krank. Dumm. Ich fände es geil. Ich liebe kranke Spiele. Die sind toll. Die sind einfach nur so toll. Es ist kein nostalgisches Gefühl, was ich hier spüre, sondern blanke Wut auf den Entwickler. Dumm. Ich hasse es. Dumm. Ach Gott, ich mag nicht mehr. Das ist... Wer hat sich die Scheiße hier ausgedacht? Gibt es da nicht so eine Art Credits oder... Ach, fickt euch halt. Fickt euch. Marcel, ich sehe schon, du hast viel zum Zählen. Weil ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme. Ah, jetzt war ich doch gerade drüben, ey. Ach komm, ich mag nicht. Viel Spaß zum Zählen, Marcel. Ich werde, ich bin jetzt schon bei mindestens 80 oder so. Das kann doch jetzt nicht mein Ernst sein. Komm, jetzt hat Gewürt. Drüber. Oh, und gleich in die nächste Kolonie. Schildkröten des Todes. Dumm. Ich mag nicht mehr. Das ist nur eine Kacke. So, hier, bumm, drüber. Und drüber. Und drüber. So, eine Safe State. Und drüber. Und darüber. Und bumm. Oh, ey. Ihr seid doch auch alle so beschissen, Japaner. Ich hasse euch. So, hier war der Block. Oh, mein Gott. Das hätte ich auch nicht besser gekonnt, oder? Das hätte ich definitiv nicht besser machen können. So, geh weg. Ja, rüber. Rüber. Äp, 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 äp. Gehst du weg von mir, du Penis. So. Ja. Ach, geschafft. Nächste Welt. Es läuft immerhin. Es läuft. Ich muss sagen, es läuft. Es läuft auf dem Klo. Und es läuft... ...so und so. Frag mich nicht, wie ich das gerade hinbekomme. Ich weiß es nämlich selber nicht. So, jetzt darf ich aus dieser vermasselten Safe State noch einen Sieg rausholen. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, oder? Doch, tatsächlich. Wow. Ich meine, wow. Wow. Seien fishies. Okay. Geschafft. Oh, ich bin schon im Bowser-Level. Schön. Schön. Ach, jetzt komm, leck mich. Alles nur keine Goombas. Was ist das denn für eine Scheiße, oder? Das kann doch nicht mein Ernst sein. Jetzt. Oh, nein. Nicht im Ernst. Ha, so wird's gemacht. So, jetzt. Bumps. Bumps. Wow, Slow-Motion-Jump. Ey, geil, das sind Pilze, aber... Nee, ich will mir keine Upgrades. Schaffe ich auch so. Fuck. Tot. Mein Gumball. Ich will diese Schwule... Game... Ey, nein. Ich will diese Schwule Game ohne Upgrades schaffen. Würde wohl zu machen sein. So, jetzt bin ich hier rüben und jetzt spring hier rüber. Ach, du Scheiße. Ist das eine Kacke. Wie viele von diesen Flamesprites sind hier eigentlich? So, jetzt. Bausi, bausi, bausi. Genug. Oh, es läuft. Immerhin. Wow, Hammer Brothers. Brob-blab-brub-brother. Brob-brother. Hammer Brothers. Tot. Dumm. Dumm. Wieso? Wieso? Was zur Hölle ist das gerade hier mit der vergangenen Sächte? Erzart, drüben! Erzhirup! So, Speicher! Bounce! Bounce! Ich hab Angst vor diesem Spiel! Es raubt mir die letzten Gehirnzellen, die ich noch besitze! Und das sind nicht mehr gerade allzu viele! Ich hab mir schon alles weggeballert! Mit dem ganzen kranken Dreck! Okay, was ist da hinten? Noch ein geheimer Ausfall? Guck, wohin führt der? Nee, oder? Weltall... Och, nein, Japaner! Da hinten ist bestimmt ein Geheimnis, oder? Springen wir rein! Nee, da ist der Tod! Okay, gut, da gehen wir nicht lang! Uigi! Uigi! Das hätte auch nicht anders kommen können, oder? Das hätte nicht anders kommen können, das musste passieren! Ich bin durch die Stange gefallen? Äh... Wasserwelt! Auch schön! Gut, ich mein... Wasser und so... Tor und so weiter... Ich mein, Wasser wird auch nicht in dem Spiel überbewertet, oder? Es ist ein Jump and Run und kein Swim und Sauf ab... Oh Gott! Es ist einfach nur... Scheiße! Es ist einfach nur Scheiße! Es geht nicht anders! Es ist so krank! Ich hasse es! Aber ich komm einfach überall irgendwie durch! Ich hab einfach so ein verdammtes Schweineglück! Und weil ich morgen noch frei hab, werde ich wahrscheinlich, wenn ich dazu kommen, morgen noch mal was aufnehmen, weil ich nicht fertig werde! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Dumm! Jetzt funktioniert das Schwimmen einfach mal wieder nicht! Einfach mittendrin! Äh, ne, ich hab keinen Bock mehr zu schwimmen! Ich will immer halt saufen und Fische berühren hier! Streicheln wir Fische! Sag mal, was ist das für eine Scheiße? Ich will nicht! Hass mich! Ich hasse euch Fische! Ihr seid schwul! Gott! Nintendo-Spielentwickler, was habt ihr euch gedacht, als ihr diese Kacke erfunden habt? Cooper unter Wasser? Ja, ha? Leute, es wird immer sinniger! Coopers, die unter Wasser atmen können! Schildkröten und so! Also ich... Schildkröten gut im Wasser, aber... Wieso kann ich denn hier überall drüber schwimmen, verdammte Scheiße! Schwimmen! Ich bin heute schon ganz dumm! Dieses Spiel raubt mir einfach die letzten Gehirnzellen! Tatsache! Ich sehe nämlich nach richtigen Herausforderungen! Hello Kitty, der große Insel-Spaß! Wobei, das wäre wahrscheinlich noch eine größere Herausforderung gewesen! So, hier einfach mal... Ich renne einfach mal querbeet durch! Ich meine, mehr als sterben kann ich nicht! Ich hab's grad noch gesagt! Was zu... Ja, es ist herrlich! Ey, dagegen ist sogar New Super Mario Brothers! Wirklich! Ein leichtes Spiel! Da kannst du... Du kannst es... Du kannst jedes Level einfach nur in den Arsch fisten! Ich dachte, der hat schon hier voll den Bock misst! Oh ne! Jetzt fängt der schon an, oder? Oh! 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 Das ist nicht wahr! Okay, unten lang! Dann... Öh... Mitte ist falsch! Es ist nicht euer Ernst! Oh! 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 Ich muss oben lang gehen. Das kann man nicht schaffen. Geht nicht. So kann du nicht springen. Ja? Gut, auch korrekt. Das war sehr unkorrekt. Das ist auch falsch. Die Dinger haben die aufgelöst gerade eben. Ja, die sind einfach weg. Oben. Ey, dieses Game ist politisch unkorrekt. Oh Gott. Drei geschafft. So weit. So gut. Wir haben die Hälfte hinter uns. Gott verdammte Kacke. Wer hat sich diesen schwulen Dreck ausgedacht? Wer hat sich das echt ausgedacht? Ich mag nicht. Ich will nicht. Ich komme nicht durch. Egal. Leute, lasst mich eben mal hier Pause machen und so. Bis später dann.